Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch zurück bei Black Arts im DSA-Universum. Und mir ist gerade eben etwas aufgefallen, denn ich war gerade eben mal offscreen im Inventar und ich stellte fest, wir haben alle Teile des Chorspießes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich glaube, wir sollten den fertigen gehen. Moment, wo ist es, der Chorspieß? Verfolgen, wo müssen wir dafür hin? Dem Schmied in Mengbelatus sind wir doch gerade eben gewesen, ne? Also, pff, pff, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Adalasser. Eine Klinge oder zwei. In dem Fall neun. Sind das vielleicht die Klingen von Adalasser? Unglaublich, und wie fein sie gearbeitet sind. Könnt ihr den Spieß wieder zusammensetzen, sodass man in einem Drachen in die Flanke rammen kann? Das wäre mir eine Ehre. Kommt einfach morgen wieder. Hier ist das Prachtstück. Ah, gut. Ich dachte gerade eben schon. Okay, dann gucken wir uns doch gleich mal an. Ich dachte schon, wir müssen wirklich jetzt erst morgen wieder kommen. So eine Nacht drüber schlafen oder so ein Blödsinn. Ah, der Lasser. 2W plus 6 plus 2 macht auf jeden Fall Wunden plus 1 Distanz. Man kann nur Finte damit machen und hat Attackeparade minus 2, äh, minus 3. Ich finde die Waffe jetzt irgendwie scheiße. Also bis auf den hohen Schaden, sage ich jetzt mal. Gucken wir mal, was du dazu sagst. 1W6 plus 5 plus 2. Bei ihm ist es immerhin plus 3. Also 1W6 plus 7. Das macht 8 bis 13. Oder 7 bis 17. Hat natürlich sehr, sehr viel mehr Schaden nach oben hin. Attacke ist schlechter. Wir probieren die Waffe jetzt einfach mal aus. Das sieht immerhin cool aus. Sieht ja aus wie so eine Art Streitkolben, wenn wir ehrlich sind, ne? Hehehe. Okay, und Geld haben wir auch ohne Ende. Wir sollten auf jeden Fall jetzt hier erstmal nochmal unsere Leute mit Heiltränken ausstatten. Oder generell mit Tränken. Genau, weil Torgal hat ja auch schon wieder einiges verbraucht in den letzten Kämpfen. Auch du hast etwas verbraucht. Ansonsten sehen die Leute recht gut aus. Was haben wir denn sonst noch für Quests, bevor wir jetzt hier... Arena-Kämpfe. Oh, das ist schon dem Ende entgegen. Ui, 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 ui. Dann bin ich der Meinung, wir sollten glatt nochmal einen Arena-Kampf obendrauf setzen, bevor wir da runtergehen, oder? Wir wollen ja alles gesehen haben. Oder wollen wir einen Arena-Kampf machen? Irgendwie habe ich gar keine Lust dazu. Ne, das ist so typisch Nebenquests, sag ich jetzt mal, gedöns. Ups. Wir wollen natürlich hierbleiben. Wir gehen jetzt dem Ende entgegen. So nach und nach zumindest. Ich glaube nicht, dass es so schnell vorbei sein wird. Aber vielleicht bekommen wir endlich mal ein paar Antworten. Ach, Aremanius. So. Und in die Katakomben. So, was ist das hier? Höhle. 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 So. Gehen wir mal in die Höhle. Einfach Höhle. Es gibt einfach nur Höhle hier. Höhöhöhöh. Ui, das sind andere Viecher. Da haben wir jetzt Gule. Die lassen wir trotzdem jetzt erstmal kommen. So. Kommt zu Papa, ihr kleinen Viecher. Immerhin laufen die schneller. So. Zobran. 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 Kannst du dem hier wehtun? Jawoll. Die halten aber auch deutlich mehr aus. Die haben nämlich 35 Hitpoints. Aha. Ich würde mal sagen. Da bekommt hier irgendjemand noch einen Bonus durch einen Zauber. Ne, nicht Carnifilo. Nein, nicht Ecliptifaktius. Das ist, äh. Wo haben wir es denn? Nein. Nein. Ach, dann bekommst du hier einfach das da. Im kleinen Duplikat. Besser als nix sozusagen. So. Jetzt gucken wir doch mal, ob diese Waffe irgendetwas taugt. Todesstoß. Kann man anscheinend damit doch machen. Wow. 20 Punkte Schaden. Das ist ordentlich. Ah, ui, 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 ui. Matrix-Move hier. Zwei Anger. Zack. Der erste ist weg. So. Mal gucken, ob das so weitergeht. Also 20 Punkte Schaden scheint auf jeden Fall, äh, mit der Waffe irgendwie drin zu sein. So. Wuchtschlag. Der nächste ist weg. Und ein Hammerschlag. Bei Anger. So, der hat noch 13 Hitpoints. Das heißt, wir burnen ihn ein bisschen so drauf. Der ist auch weg. Bist du für sowas anfällig? Frage ich mich gerade eben. Tatsache. Man kann Gule vergiften. Das wusste ich auch nicht. I-Git. Die seilen sich ab, die ekelhaften Viecher. So, der nächste ist weg. Äh, dann lassen wir sie halt kommen, die Spinnis. So, Brant, geh erstmal einen Schritt weg. Und regeneriert diese Runde einfach nur mal Astralenergie. Das tust du auch. Was sind denn das? Sind so spinnenartige Viecher. 25 Hitpoints. Und die parieren das auch noch. So, komm. Zack. Na, da sollst du hinhauen. Und erledigt. Der nächste Kampf geschafft. Und wieder 50 Abenteuerpunkte. So, jetzt gehen wir hier hin. Witz. Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen im Grunde. Wir räuchern jetzt mal die Höhle hier aus. Oh, Skelette. In jedem Raum was anderes. Und das Ding da hinten heilt wahrscheinlich die Skelette. Das heißt, wir müssen das Ding da hinten irgendwie kaputt machen. Ähm... Aus dem Grund schicken wir jetzt mal Takate schon mal hier so auf einen Amokkurs. Und wenn das einer kann, dann ist es Takate. Denn der kann Karate. Er ist ja schließlich auch unser Meisterkämpfer. So, Zubran, Zubran, Zubran. Was mir ein bisschen so fehlt, ist quasi so Geister oder untote Bannen. Es gibt ja Geisterbannen, wobei das glaube ich nicht gegen solche Viecher helfen würde. So, einer weniger. Okay, der hat das hier geblockt, so wie es aussieht. Dip, 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 dip. Und... So. Ah, ich habe eine Idee. Damit könnten wir das eventuell sogar hinkriegen. Ein Eclip de facto. Dann haben wir mehrere Möglichkeiten von Leuten, die da hinten laufen, das Ding hier kaputt schlagen. Weil das hier wird garantiert, diese ollen Skelette immer wieder aufstehen lassen. Davon gehe ich ganz schwer aus. Also sie scheinen auf jeden Fall... Ja, sie regenerieren. Also das muss man... Das findet auf jeden Fall statt. Komm, hau das hier weg, das Skelett. Es weicht aus. Okay. Pariert. Äh, Zubran ist wieder dran. Äh, soll er warten. Du haust das jetzt hier um. Oder auch nicht. Du kleiner Wicht. Dip, dip, dip. Wir arbeiten jetzt und so nach und nach. Auf das Ding hier zu. Früher oder später werden wir es erreichen. Äh, so. Und kaputt schlagen. Leider hält es schon ein bisschen was aus. Äh, da, 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 da. Takate ist jetzt schon mal hier. Ich glaube, wenn Takate einmal da draufschlägt, ist das Ding fertig. Du schweigerst noch mal ein bisschen Astral-Energie für diese Runde. Und haust du den jetzt mal los? Na also. So, dann gehst du jetzt mal hier hin. Kannst nächste Kunde auch auf den hier draufschlagen. Au. Du bleibst mal hier stehen und machst... Ne, du speicherst auch Astral-Energie. Machen wir mal Platz hier. Äh, außer, als man meinen sollte. Ich lebe heute an, das Teil. Entschuldigung, muss husten. Na also. Jetzt werden hier keine Untoten mehr geheilt. Ich glaube, wir haben gerade in den Maximalschaden von Takate gesehen. 27, das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube nämlich jetzt auch, dass die, äh... Die komischen, äh, Mohas, die wir da bekämpft haben, die waren wahrscheinlich alle Waffenmeister. Weil ansonsten kann ich mir nämlich diesen Schaden, den die da gemacht haben, nicht erklären. So. Ach, bitte. Na. Bumm. Na also. Und bumm. Und haut den hier um. So. Parieren. Kannst du den jetzt bitte endlich mal wieder umhauen? Betonung offenbar, wieder. 64 Schadenspunkte! Das ist der Traum meiner schlaflosen Nächte. Zumindest in Blackguards. Ah, daneben. Na, jetzt befreien die Damen mal da oben von ihrem Problem. So. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob die Skelette als Humanoide gelten. Aber ich glaube ja. Also, ob da Kriegskunst drauf fällt. Aber es müsste eigentlich. Ich würde sonst keinen Skill wissen, der da drauf passen würde. Boah, das sind voll die Ninjas, eh. Die ausweichen, die Skelette. Und du bleibst hier einfach stehen. Du rennst dem Vieh in den Rücken. Dann ist es nämlich ein bisschen unter Druck. Und vielleicht trifft er jetzt auch der Torgal auch mal. Na also, für 50 Schadenspunkte gewonnen. Oh, Leder, Schlütt und Kriegspfeile. Und der nächste Raum, bitte. Ich sehe schon, komm, wir werden nochmal rausgehen und ein bisschen skillen. Oh, du musst mit allen Hellen das andere Ende der Karte erreichen. Was ist denn das andere Ende? Ich nehme mal an das hier. Ich nehme mal an, das ist das andere Ende. Da ist eine Truhe. Aber ich glaube nicht, dass ich damit was machen kann. Ich glaube, wir sollten vorsichtig laufen. Deswegen stürmt der Karte jetzt erstmal wie ein Irre vor. Ach, nee. Na super. Hier schon wieder. Und man kann gar nichts gegen die machen. Ja okay, dann rennen wir einfach. Da kenne ich jetzt nichts. Lauf! Okay, er ist ausgewichen. Das ist schon mal gut. Auch ausgewichen. So, Tarkate. Dann renn mal durch. Und auch Torgal rennt. Das ist das seltsamste Gefecht, das ich bis jetzt hatte. Man kann nicht zurückschlagen, man kann nur rennen. Komm, rennt so Bran. Ach, jetzt kommen sie alle da raus. Ich hoffe mal, dass es das andere Seite der Karte ist. So, Torgal geht jetzt erstmal hier hin. Ich hoffe, dass das gilt. Du gehst. Moment. Äh, äh, äh. Flacher gucken. So. Nein. Ich will, dass du da hingehst. Tarkate. Und du gehst da hin. Ach Gott, und so Bran, du gehst mal kurz da hin. Das ist mal so ein kleiner Abstecher. Bis jetzt kommen wir ja noch relativ weit. Oh oh. Oh oh. Beenden. Beenden. Du gehst da hin. Beenden. Du rennst da hin. Und du bist dann schon hier. So. Ich wette, man hätte aber aus den Kisten etwas rausholen können. Aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Na. Ich seh Torgal nicht. Jetzt seh ich hin. Runde beenden. Runde beenden. Runde beenden. Und einfach jetzt hier durch sein. Geschafft. Gut. Weil auf so einen Spaß lasse ich mir ja nicht ein. Am Ende geht noch irgendwas schief. Und. Das Biest ist zu groß geworden. Es wächst uns über den Kopf, Lysander. Wir müssen es loswerden. Nein. Ich brauche mehr von seinem Gift. Lysander. Wie? Fluchtabtack. Okay. Ich glaube, ich hätte vielleicht vorher noch umgeheilen sollen. Hehehe. Habt ihr gesehen, wie der gerade eben... Ach Gott. Man kann es hier bestimmt wieder mal... Oh, 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 oh. Äh. Hallo? Schlechter Scherz und so? Dann lauf mal schnell hier durch. Ah, du kannst da hinlaufen. Da ist noch ein Minus 1. Autsch. Das selbes gilt für dich hier. So viele so schnell wie möglich da rüberbringen. So, Runde beenden. Und auch du wendst da hin. Es ist mir egal, wenn sie das und das kaputt schlagen. Ah, sie schlagen es nicht kaputt. Und... Attacke! Okay, daneben. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt hier schon mal gestellt. Das ist das Wichtigste. Naurim geht da hin, weil der muss ja demnächst mal ein bisschen Platz machen. Das ist das gerade eben alles nicht so ideal von der Platzverteilung her. Und... Misslingt. Hahaha. So, du kannst auf jeden Fall ihn schon mal kurz heilen. Das schöne Gift wegmachen. Na komm schon, mach das Gift weg. Vielleicht erfahren wir ja endlich mal für den Lysander, was hier abgeht. Ich gehe jetzt mal auf die Draufsicht, weil... Das ist dann, glaube ich, ein bisschen besser zum Spielen. Gut. Tarkate ist jetzt dran, kann einen Schritt auf die Seite machen. Hatte 70% Trefferchance. Jawohl, für 15 Punkte Schaden ist das gut. Einfach normal draufhauen. Das macht der Lysander nicht lange mit. Einen hat er noch. Einen hat er noch. Einen einzigen Hitpoint hat er noch. Könnte ich da treffen? Nein. Ärgerlich. Der trinkt jetzt garantiert einen Heiltrank oder Schlimmeres. Warte mal, wir verzögern mal ganz, ganz kurz. Das gehen wir mit dir. Dahin. Vielleicht kannst du ja tatsächlich da irgendwas hinmachen. Oder? Oder? Nein. Leider nicht. Was ist denn das so ein Vieh? Das taucht wahrscheinlich jetzt gleich auf. Und wir beenden. Ach ja, das ist irgendwie auch da. Ist mir aber irgendwie gerade im Scheiß egal. Erstmal kommt der Lysander dran. Was? Was ist jetzt passiert? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Hallo? Hallo? Letzter Kampf. Das Spiel wurde erfolgreich gespeichert. Und jetzt? Prinzessin Elanor. Hä? Reumütig? Oder bist du hier, um auch noch mich zu tönen? Lysander. Sei's drum. Ich spucke auf euch. Ich spucke auf die Welt. Wenigstens liefer ich euch noch einen guten Kampf. Was? Mist, Karl. Okay. Ich komme mich jetzt... Boah, wie verwirrend, eh, zu dem zu kommen. Und der war natürlich auf einem Hitpoint runter, aber jetzt ist er wieder voll da. Und ich werde jetzt überall fallen. Naja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich, liebe Leute, fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir im Finale kämpfen. Ich wollte eigentlich noch XP verteilen, aber es geht anscheinend nicht mehr. Da war ich zu voreilig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade. Tschüss.